Hallo, also, falls sich jemand fragt, warum an den Flügeln, bei den Stoffwindeln immer mehr Knöpfe dran sind als einer, dann erkläre ich euch das mal. Und zwar ist der Äußerste dafür da, dass man hier startet, mit dem Äußersten bei dem Bauch, Dingsi, und der Andere, mit dem kann man dann die anderen Knöpfe überspringen, um eben die Größe einzustellen. Und bei der anderen Seite genauso. Ich gucke jetzt, wie viel brauche ich. Und wenn ich jetzt hier erst den Knopf reinknöpfen würde, dann würde das hier vielleicht rauskommen und rumfliegen. Das heißt, wir fangen hier an und dann knöpfe ich das da ein, wo ich ein Gefühl habe, dass es sich gut anfühlt. Jetzt merke ich gerade hier bei Teddy, kann das auch ein bisschen kürzer. Ja, genau. So fühlt sich's gut an.